Kommt schon! So, wir machen heute wieder eine neue Folge. Eine Sequenz, oder? Eine neue Folge erst auf 4.4. Du sagtest, er wäre zu Hause. Ist er auch. Er ist immer zu Hause. Das Haus sieht verlassen aus. Da wohnt er auch nicht. Folgt mir. So ist ab und zu mal drauf. Du wirst gleich wissen warum. Fantastisch! Und wer trifft mit hier? So war es mal geplant. Vor 15 Jahren. Ähm, bist du hier aufgewachsen? Geboren. Aufgewachsen bin ich in einem Internat. Was? War es hier schon immer so? Nein, war es nicht. Ich habe viele schöne Erinnerungen an diesen Ort. Das würde ich auch gerne sagen. Schau, ob er hier hinten muss. Oder hier? Nein, er muss hinten dort. Was ich dachte. Wie hat er die Erlaubnis bekommen ausserhalb einer Siedlung zu wohnen? Das war leicht. Er hätte ihm das abschlagen können. Ist das Dominic? Seine Badwanne. Was ist da da? Ja, okay. Was ist da da? Ist ja die Mama. Na Mama. Na Mama. Kommermanne Was ist da? Dasné muss mir geplant. Oh! Wenn Herr Tibet, Musik 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 Okay. Hey. Alles okay? Ja. Komm, gehen wir rein. Suchen wir die sauviert mal... Willkommen zu Hause, James! Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das ist neu. Nicht allzu neu. Dad, wir brauchen deine Hilfe. Ich hab dir oft genug geholfen. Aber dieses Mal renne ich nicht vor der Korps davon. Del, steckst du auch mit drin? Knie tief. Du solltest ihn doch davor schützen. Du weißt, dass das unmöglich ist. Ich würde mich vorstellen, aber ihr verschwindet ja gleich. Daddy, zeig's ihm. Mir was zeigen? Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Zusammen mit unseren Freunden. Dad, du solltest dir das hier ansehen. Jetzt hör mal zu. Ich hab dich doch vor der Korps gewarnt. Und was machst du? Dad. Ich hab dir gesagt, kein Non-Kon zu werden. Die Korps wird dich jagen. Und du? Was machst du? Sei still und sieh's dir an. Scheiße. Äh, Leute? Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Korps davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Gott verdammt, James! Ah, Lieutenant. Zeit, unser kleines Gespräch fortzusetzen. Jin, hören Sie, Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vor sich ging. Weiß ich wohl. Aufwiegelung. Angeführt von James Dominic Phoenix, Sohn eines berühmten alten, verbitterten Gears. Apropos. Sergeant, wie geht's Ihnen? Das mit der Tür tut mir leid. Keine Sorge, wir wollten gerade gehen. Fürs Protokoll, Sergeant. Falls Sie diesen Flüchtlingen helfen sollten, kann ich Sie nicht beschützen. Ja, also alles wie immer. Sie verfluten! Ich sehe, du kannst immer noch so gut mit Menschen, Marcus. Lauf einfach zum Hinterausgang. Schatz, darum kümmern wir uns wohl zuerst. Schärfschütze, oben! Unrechtmäßige Blum werden identifiziert. Geben ab, können wir nicht! Verlassen Sie das auf der Stelle. Vollschutzmodus initiiert. Jetzt bin ich sauer. Dann werden wir jetzt gerade noch den Aufkleinern, die Shirze ausdrücken. Da hat er uns jetzt gelaufen. Ich komm nicht mehr! Möne ich! Ich komm nicht mehr! Ich mach es einfach! ja das neue spielzeuge ja wir haben schon den ganzen tag mit ihnen gespielt kommt mit folgt mir nach oben halt was ist im obergeschoss familien herbst stücke achtung mehr die bies mehr von denen Ich kann verkehrt die Falsche, Mann! Die Falsche passt zurück! Die Falsche... Nein, sie müssen uns angreifen! Hier oben sind noch mehr! Verstanden! Oh, was ist? Die Falsche! Wir sind Befuggeber, kein Zusätzlicher! Das ist der Knoony! Das ist der Knoony! Das ist der Knoony, Mann! Leid in der Hälfte! Zerstört! Popsi! Das ist der Knoony! Nicht das! Kommt schon! Hier lang! Das wäre ein Vorteil aber auf Farbe! Ich werde auch nicht jünger! Welches verfluchte Buch war es nochmal? Was? Wir haben das so lustig! Das sind ja mal schicke Familienerbstöcke! Du hast die Rüstungen behalten! Klar kommst du zurück! Wenn bei dir die Kacke am Dampfen ist! Das war's! Lass mich dir helfen! Fühlt sich an wie eine Tür zu tragen! Gut! So muss es auch sein! Wie heißt du doch gleich? Kate! Na dann! Pass gut auf die Rüstung auf, Kate! Die gehörte meiner Mutter! Was soll das werden? Jemand schuldet mir noch was! Apropos Schulden! Das hier willst du sicher zurück! Danke, Del! Okay! Machen wir die neue Chor mit der alten Chor bekannt! Und werfen diese Eimerköpfe aus meinem Haus! Nehmt euch was ihr braucht! Sollte genug für alle da sein! Erst mal schauen, was wir haben! Angepasster Lancer! Die kann ich anpauschen! Schade! Lieber diese hier! Hammer Burst! Hammer Burst! Hammer Burst! Und Granate! Da möchte ich mehr mitnehmen! Schade! Habe sie! Habe sie! Retro Lancer! Ich bleibe beim angepassten! Ich will die Motor sagen! Okay, was habt ihr für Waffen? Ja! Auri die gleiche, oder? Du hast kein Scharfschützengewehr, Madame! Egal! Ja! 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 Ich schließe meine Geduld auf die Ruhe! Sie verschwindet! Was ist das jetzt? Ist es vorbei? Holt ihr mich! Oh, verflogen! Mehr Landungsköpsel! Nimm mich, oder? Nicht zu mich verarschen! Und noch ein! Ich legge noch den Rest auf dem Haus. Wir sind verfug, ihr Leid einzusetzen! Unrechtlässig, überraschend! Kein Furker, DIVI! Der Kestrel ist zurück! Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr! Wo will sie hin, verdammt? Hört auf, mein Haus zu verwüsten! Verabredlichkeit ist genauso bewundertwert wie lässig! Wir haben sie, fast! Ich bin nicht fuß, wer mit euch! Ich bin nicht verabredet! Wir haben eine neue Flasche! 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 Aha! Er weh! Oh oh! Oh Mann! Oh nee! Ja, kacke! Also, Dad, die Chor hängt uns im Nacken, dein Truck ist explodiert und das Haus steht in Flammen. Gibt es denn einen Plan B? Ja, es gibt einen Plan B. Er ist unten im Keller. Holt euch Munition und dann nichts wie raus! Dann hätte man ja von Anfang an einen Keller kennen, oder? Holt euch aus der Waffenkammer, was ihr braucht! Ah, nicht schon. Auf die Pistole. Die Frage ist auch her jetzt. Was? Hör, Sie halten sich im Sperrgebiet auf! Äh, Leute! Das zum Falle soll Sperrgebiet heißen! Ui! Ui, ui! Der Mann, nötig! Los, die Treppe runter! Ganz arke das hier! Hör! Einheit wechselt jetzt Position! Erledigt Sie! Ihr müsst in den Keller! Leute! Diese Bude bricht leicht zusammen! Da unten! Los! Haben wir den Keller! Oh! Das war knapp! Ja, etwas machen wir! Das ist eine Sackgasse! Jetzt nicht mehr! Ja, etwas machen wir! Das ist eine Sackgasse! Du hast einen Fluchthund aus deinem eigenen Haus? Folgt mir einfach! Dad! Ich war nämlich sehr klar! Ich hab vor unserer Ankunft Mom besucht! Okay! Wann hast du das letzte Mal Lauf gehackt? Könntest ruhig mal zum Rechen greifen! Vielen Dank für deine werte Meinung, James! Besuchst du sie überhaupt noch? Leute, kommt schon! Willst du wissen, wann ich das letzte Mal da draußen war? Ja! Will ich! Heute Morgen! Und gestern Morgen! Tut mir leid wegen des Laubs, James! Ist hier vielleicht in Gang, aber es ist zur Zeit etwas zugig! Wenn wir Glück haben, wird Gin glauben, dass wir es nicht rausgeschafft haben! Sie wird trotzdem alles absuchen! Darum kümmern wir uns dann! Das ist mega, was ich heute hatte! Das ist für mich! Das ist für mich! Das ist für mich! Heilige Scheisse! Wie gesagt, willkommen zu Hause! Das Haus ist vorbei! Okay, wir haben Sie abgehängt! Kürzen wir durch den Garten ab! Nun kann man hier sicher wieder ... Ich habe mich noch nicht angehängt. War nur ein Anflug! In Gewanderung habe ich ihn nicht sehen. Noch einer für den Schrankplatz. Angriff. Nachbarn auf den Garten. Einhalte ist für die Explosion. Rücksicht ist ein Schrankwerk. Noch ein toter Hürde. Das ist ein Schrankwerk. Nachbarn nicht sehen. Hürfen erledigt. Das ist auch ein Hürde. Ein Sticker an der Brot. Da sind Toaster! Da kommen Beschützer! Vom Widerstand wird abgeraft. Für mich! Widerstand wurde vorgelegt. Wir sind da. Aufnahme des Widerstands wurde vorgelegt. Klappe halten! Den Schiff ist hier. Ach, ein toter DIVI! Der Schild ist unten! Alle Mann durch das Gewächshaus. Dad, wo zum Teufel wollen wir hin? Zur Scheune. Und wo ist die? Am anderen Ende des Grundstücks. Okay, wir lassen diese Waffen gleich mal. Es ist auch noch eine Waffenkiste. Hier auch etwas. Wir haben hier eine Waffe. Es ist ein Waffenkiste. Wir müssen uns aufwärtsen. Wir müssen uns aufwärtsen. Und wir müssen uns aufwärtsen. Wir müssen uns aufwärtsen. Ich bin hier. Es ist aufwärtsen. Aufwärtsen! Hey, Landungsschiff! Scheiße, die machen mir noch die scheiß Tomaten kaputt! Noch ein Kondor! Was habt ihr denn verbrochen? Schwitzige Geschichte, Seth! Wir haben keine Ahnung! Ja, siehst du! Noch ein großer Dibi! Noch ein toter Hürde! Nächster! Da kommt ein Land am Schiff! Noch mehr! Ich brate dir die ganze Menge einstatt, dass du sie wegkommst. Ui! Die Heimat der Lidi! Die Weisenden Dini zerstört! Die Weisenden Hürden zerstört! Na los! In Bewegung bleiben! Die Kille kann ich nicht brauchen. Ich bringe Granaten garantiert hier nicht. Jetzt sind wir zu einem Immun. Retro Lancer will ich auch nicht. Folgt einfach dem Weg. Da kommt eine Sturmfahrt auf uns zu. Alle zurück ins Gewächshaus. Sofort. Nein, das Lager bietet besseren Schutz. Wir sind fast da. Das Reser weiß ich nicht. Okay, alle rein da. Hey, das schaffe ich nicht allein. Das ist wirklich ein steigerer Stein. Das ist wirklich ein steigerer Stein. Da kommt der Schützer. Der Schild ist unten. Nach lang, wie ist sie hierzu. Ein halbwegs so schlimm. Ja, lasst ihn auf! Feuer, tauch den Schild. Und dann lassen Sie jeden in den Ankunft. Also, wir werden uns verrunden. Und dann lassen Sie jeden in den Ankunft. Und dann lassen Sie die in den Ankunft. Erst meine Tomaten und dann das. Dad, die Sturmfront lässt nicht nach. Wir müssen los. Nein, wir verschanzen uns hier. Wir haren aus. Aber ist diese Bude nicht etwas zu... Hölzern? Die hält. Bist du dir da echt sicher? Die hält. Scheiße. Komm, du Eranflug. Und er kommt runter. Sie hören nicht. Ich will nichts hören. Es scheint, Sie hatten einen Umfang. Wie dürfen wir Ihnen helfen? Sieh mal an. Die Feuerwehr ist auch da. Und er hat einen kleinen... ...cheinen Cheapfehler nach dem Umfang. Ich habe ein bisschen... Äh wie? Da weiche oder war er einmal? Kommt er ja unten durch Die ist nicht mehr aktiv Die hat jetzt nicht mehr gehört Diese Dinger sind echt unheimlich Früher waren Bibis noch bessere Müllboards Ich habe sie gewarnt, als die Hirten in Betrieb genommen wurden Hat nichts gebracht Lange Schatten gäbe es da Schantäne Die Rollenscheine von Voreigen Unterdrift gegen Artikel 560a Das neue Erfüllung 4-6 Buches Ja Boah, da kann ich nochmal 8 Schuss mitnehmen Von denen Achtung, mehr Bibis Die bringt ja gar nichts Boah, die bringt ja gar nichts Schieb es mal rein Scheiße Scheiße, ich stehe Ich schaffe die nicht mehr Ich schaue die nicht mehr Ich schaue die nicht mehr Ich schaue die nicht mehr Ich habe dich verletzt! Bitte schön! Ich habe den Hild zerstört! Siehst du? Ich habe den Hild zerstört! 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 Wir haben den Hild zerstört! Wir haben den Hild zerstört! Wie viele dieser Bots hat Djinn eigentlich noch? Willst du das wirklich machen?